Sag mal ehrlich, gefällt es dir? Ich finde das ultra hässlich. Ich finde es auch übelst scheiße. Und ich habe auch das Gefühl, das liegt am grünen Hintergrund. Ja, das Grün, das packt übelst ab die ganze Zeit. Ich mag diesen Anfang nie. Ich mag den. Ja? Ja, mach du den doch. Hi, wir sind heute hier versammelt. Mein Name ist Joey, das hier ist Max, das ist auch sein Kanal. Und wir malen jetzt ein richtig schönes Bild. Genau, ein Bild mit Joey's Jungle. Und mit Gefühl. Mit Gefühlen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Wann habe ich dich eingeladen? Von einem halben Jahr? Ungefähr, ja. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Kann auch noch länger sein. Guck mal, es ist August. Ich glaube, du hast mich letztes Jahr schon eingeladen. Naja, aber es ist passiert. Ja, Joey ist YouTuber gewesen. Ja, das ist schwierig zu erklären. Also Joey hat sehr erfolgreich einen YouTube-Kanal geführt. Dankeschön. Und hat dann, ja. Du hast aber aufgehört damit. Ich habe aufgehört damit. Da unterhalten wir uns aber jetzt gleich drüber. Okay. Ich erkläre kurz das Format. Danke. Bitte. Wir malen zusammen ein Bild und reden dabei. Das ist alles. Wir haben eine Stunde Zeit. Ich drehe die Uhr um. Läuft die eine Stunde? Die läuft genau eine Stunde. Wie cool. Ja, voll. Übrigens, falls jemand von euch interessiert, es sind ungefähr 50 Grad hier oben. Das heißt, wir werden gleich nass sein, wenn wir fertig sind. Ja. Wollte ich nur an dieser Stelle mal anmerken. Ja, wir haben, Joey ist schon seit zwei Stunden hier, aber wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ja. Jetzt ist es sehr warm geworden, leider. Ich habe mich sehr für Max Kunst interessiert. Ja. Die ist auch sehr cool. Könnt ihr mal auf meinem Shop gucken. Ja, guck mal. Aber kauft halt auch, sonst ist es halt voll würdelos. Okay. Komm, lass uns anfangen. Okay. Falls ihr noch nichts davon wisst, Max ist vor ein paar Tagen noch bei Alle Farben aufgetreten. Mitten auf der Mainstage und hat ein richtig krasses Bild dabei gezeichnet. Sieht cool aus. Ihr findet alles dazu auf seinem Instagram-Machstum. Danke, danke, danke. Habe ich das gesagt? Wir sind am überlegen. Es ist noch nicht ganz sicher, aber wie es aussieht, war das einfach Weltrekord. Wie Weltrekord? Also ich bin der erste Mensch auf der Welt, der vor so vielen Leuten gemalt hat. Boah. Ja. Stimmt. Jetzt vor so einem krassen Publikum, ne? Ja, das gibt es nirgendwo. Verrückt. Wenn ihr Lust habt, diesen Weltrekord zu sehen, dann geht jetzt auf Max Instagram. Ey, seitdem ihr oben seid, habe ich auf diese schwarzen Handschuhe begeiert, weil die voll cool aussehen. Die sehen so, ich weiß auch nicht, was das in mir ausschlöst, aber irgendwie finde ich es geil. Das ist so ein bisschen fetig, ja? Ja, anscheinend. Latex. Okay, darf ich irgendwelche Bedingungen stellen? Versuch's mal. Hell. 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 Hell und bunt? Oder? Bunt ist okay, ja. Was sollen wir denn für so eine Grundierungsfarbe nehmen? Was soll denn so die Hauptfarbe sein? Was gibt's denn helles? Schwarz, dunkelblau. Mach mir hellgrün. Gelb. Hellgrün? Ja. Müsst ihr sagen, grün ist... Mangelware hier? Ja, ja. Na super. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Danke, Max. Hast du ganz toll vorbereitet für dieses Video. Du machst vor, ich mach nach. Ich will erst mal gucken, wie es der Profi macht. Okay. Oh, echt einfach mit... Oh, wow. Damit hab ich nicht gerechnet. Danke, dass du dabei warst. Okay, cool. Jetzt bin ich motiviert. Okay. Nee, nicht dahin, oder? Ist egal, wo ich den zu holen. Ist egal. Mach dich mal locker. Ja, weißt du was? Das ist voll das erste Mal hier für mich alles. Ich will nur alles richtig machen. Bei der Kunst kann man nur alles richtig machen. Hä, warum klappt das bei mir nicht so cool? Ich zeig dir mal die Technik. Guck mal. Auf die Fingerspitzen. Auf die Fingerspitzen? So. Und dann gehst du so. Okay, spannend. Nee, der Daumen muss hier oben drauf. Damit da Spannung entsteht. Hier. Der Daumen oben. Ah, okay. Ja. Cool. Ich finde, wir können es verlassen, theoretisch. Ja? Also, du hattest einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit mehreren Millionen Abonnenten. Wie viel waren es? Zwei? Inzwischen sind es zwei, ja. Okay. Aber als ich aufgehört habe, waren es noch nicht zwei. Okay. Du hast aufgehört, weil du so eine Identitäts... Man kann es schon Identitätskrise bezeichnen. Krise doch Krise, ja. Ich war nicht so ganz ehrlich zu mir, würde ich sagen. Was meine Weiterentwicklung als Person angeht. Also, ich habe den YouTube-Kanal gestartet 2014. Und natürlich bist du mit 26, 27 Jahren nicht mehr so, wie du mit 19 bist. Und natürlich, wenn sich aber so eine Sache etabliert und wenn es ein Publikum gibt, was wegen einer bestimmten Sache einschaltet und abonniert hat, dann hast du natürlich auch gleichzeitig den Drang dazu, dass dieses Gefühl, was das Publikum haben will, weiter zu befriedigen, ist ja ganz normal. Du sagst ja dann nicht einfach so, ja okay, die Leute haben des und deswegen eingeschaltet, jetzt mache ich was ganz anderes. Was ich im Endeffekt gemerkt habe, ist, dass ich nicht mehr so glücklich irgendwann damit war, mit dem, mit dem ich angefangen habe. Beziehungsweise würde ich sagen, ich habe mich auch so ein bisschen ausgebremst, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich habe mir gar nicht so richtig den Raum dazu gegeben. Ich glaube, das hat viel mit Angst zu tun. Angst vor dem Ungewissen. Wenn ich weiß, wenn ich das weiterhin so mache, wie ich es bisher gemacht habe, dann weiß ich, dass das den Leuten weiter gefällt, weil deswegen haben sie ja eingeschaltet. Das Ganze ist übrigens komplett unterbewusst passiert. Das war nie so bewusst. Das war einfach so ein Gefühl von wegen, nein, das ist richtig so und ich mache jetzt auch so weiter. Weißt du wie? Auf jeden Fall bist du dann nach Costa Rica, um dich selber zu finden. Ja. Und hast du es geschafft? Ich habe gemerkt, ich komme nicht mehr so gut klar mit dem, was ich mache. Ich renne etwas hinterher, was ich nicht mehr so fühle. Und in erster Linie musste ich erst mal herausfinden, okay, wenn ich das, was ich bisher dachte, was ich bin, gar nicht bin, was bin ich dann? Und ich musste quasi erst mal gucken, was mag ich heutzutage im Gegensatz zu meinem 19-jährigen Ich oder 20 oder wie auch immer. Und woran finde ich gefallen, worüber lache ich? Weil das ist alles so, wenn du dich dagegen wehrst, das herauszufinden, dann findest du das auch einfach nicht heraus. Ja, klar. Und zum ersten Mal... Also dir hat Bewusstsein auch gefehlt wahrscheinlich, ne? Genau. Und zum ersten Mal habe ich mir die Zeit genommen, mich einfach quasi ganz allein mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich einfach hinzusetzen und zu gucken, so was fühle ich gerade und was bereitet mir gerade Freude, wovor habe ich gerade Angst und was ist berechtigt und was ist unberechtigt, woran kann ich arbeiten und so weiter. Aber ja, ich würde schon sagen, dass mir diese Reise sehr viel gebracht hat. Was ich richtig cool daran fand, war dieses ganz allein zu sein. Also ich habe auch gemerkt, wie wichtig es ist, wahrscheinlich für die meisten Menschen unter uns, auch mit sich alleine irgendwie klar zu kommen und darin auch sich wohl zu fühlen, weil in unserer Gesellschaft habe ich das Gefühl, versuchen viele sich abzulenken, immer. Also von allen Gefühlen, die man hat. Das ist so, man versucht quasi unterbewusst die ganze Zeit nicht das zu fühlen, was man eigentlich gerade fühlt, sondern so zu tun, als wäre es nicht da, indem man Dinge konsumiert und so weiter. Gefühle sind dafür da, um gefühlt zu werden und nicht um unterdrückt zu werden oder weggedrückt. Ja, auf jeden Fall. Man muss sie fühlen, weil wenn du sie nicht fühlst, dann wirst du krank. Wenn du krass kacken musst und aber nicht kacken gehst, das einfach wegdrückst, dann geht es vielleicht wieder für ein paar Stunden. Aber da kommt wieder dieses Druckgefühl und wenn du die ganze Scheiße immer aufstaust, dann platzt du irgendwann. Und dazu kommt, irgendwann kommen noch so richtig unangenehme Fürze dazu, die richtig unangenehm stinken. Und dann entsteht noch viel mehr Unwohlsein, als wärst du einfach gleich kacken gegangen, weißt du? Ja, genau. Das ist dann so, du weißt so, okay, das ist jetzt ein großer, schwerer Schiss. Und das tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber du musst es einfach rauslassen. Ja, und das Ding ist, diese Fürze werden ja auch immer gülliger, je länger du wartest. Ja, das gärt ja. Das gärt ja. So, grün, das ist das allererste wirklich grüne Bild, was ich mache. Siehst du? Ich inspiriere dich. Schon wieder was Neues, ja, auf jeden Fall. Boah, das ist so warm hier oben, ne? Das ist übelst warm. Mach du mal. Nee. Nein, nein, du musst machen. Nee, mach. Nein. Doch, trau dich. Aber hast du Ängste im Leben? Klar, jeder Mensch hat Ängste. Wovor hast du Angst? Ich versuche, besser klarzukommen mit meiner Existenzangst. Existenzangst? Ja. Einfach, dass man irgendwann dasteht und nicht mehr weiter weiß mit dem, was man hat. Aber das hattest du doch schon mit deinem Kanal. Ja, aber ich hatte ja lange Zeit sehr große Angst davor. Es hat sehr lange gedauert, bis ich quasi diese Angst ins Gesicht geblickt habe. Aber hast du doch gemacht. Ja. Hast du doch geschafft. Na, es geht nie zu 100% weg, glaube ich. Man kriegt es nur unter Kontrolle. Man kann die Angst quasi so ein bisschen unterbinden. Ich glaube schon, dass es weggehen kann. Aber du musst auch daran glauben. Wenn du die Einstellung hast und sagst, ich glaube, es geht nie weg, aber man kann damit leben, dann wird es genauso bleiben. Okay. Deswegen, das willst du jetzt darauf münzen, dass ich hier nicht anfangen will. Jetzt wirst du die Existenzangst, will ich, dass du die jetzt wegsprayst. Jetzt werde ich aber sowas von die Angst wegsprayen. Okay, pass mal auf. Boah, geil. Das war doch richtig mutig. Jetzt könnte man jetzt in so eine Anwaltskanzlei auffangen. Jetzt zeige ich dir, dass das ... Oh nein, ich glaube, es ist kaputt. Oh nein. Mega cool. Ich bin sehr enttäuscht von meinem Ding, was ich da gemacht habe. Mach doch nochmal drüber. Ja, aber nee, das macht es nicht besser. Ich glaube, wir machen uns mit einer anderen Farbe drüber. Okay, darf ich einfach? Einmal schütteln. Bis die Kugel kommt. Bis die Kugel kommt? Wie, bis die Kugel kommt? Was für eine Kugel? Komm, keine Kugel. Verarschst du mich gerade? Nein. Ist da keine Kugel drin? Ist keine Kugel drin? Oh mein Gott, das ist keine Kugel drin. Da war doch eben auch keine Kugel drin. Ist doch klar, in jeder Spray-Dosis eine Kugel. Ja, aber in der, die ich hatte ... Ah, da ist sie doch. Hä? Verarschst du mich gerade? Ich schwöre, da war keine Kugel drin. Ich weiß auch nicht. Bis die Kugel kommt. Ah ja, das entdeckt mich. Ja, das ist scheiße. Das machen wir gar nicht weiter hier. Ja, dann lass doch mal neu anfangen. Hä, nein. Ach so. Wieso denn neu anfangen? Spaß. Spaß. Boah, ich will auch noch einmal. Mach. Max Leinfelder. Jetzt kommen hier richtig so die ... Uh. Das sieht cool aus. Ja. Impressive. Ich finde, wir sollten das umdrehen. Ja, irgendwie wirkt es so ... Jetzt ist es so uplifting mehr. Eben war es downlifting. Max ist sehr frustriert, weil wir ungefähr gerade eine halbe Stunde gemalt haben. Und es wurde nichts aufgezeichnet. Oh mein Gott, das ist so typisch für mich. Ich glaube, das ist meine Aura. Echt? Ich bin der größte Tollpatsch, den du dir vorstellen kannst. Und dadurch, dass ich nicht die Verantwortung trage, muss ich sie ja an dich abgeben. Oh Mann, Alter. Wir haben gerade das ganze Bild gemalt. Wie fühlt es sich an, ich zu sein? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben hier die Wellen gemacht von Yin und Yang. Auf einmal sind Wellen draus entstanden. Und dann hat Max das Bild gedreht und auf einmal wurde Yin und Yang draus. Wir müssen jetzt hier irgendwas noch machen. Es muss mehr Rot rein. Mehr Rot. Das Rot ist quasi das Feuer, was mit den Wellen sich in irgendeiner Weise verbindet, damit ein Gleichgewicht hergestellt wird. Weißt du? Weil das Wasser überwiegt jetzt hier gerade. Wir haben hier wieder dieses ... Wir haben noch dieses Spezialspray. Nee. Ich glaube, doch, das Spezialspray saven wir uns für später. Aber was noch wichtig ist, wollen wir einfach alle Elemente reinnehmen? Wir haben Luft, Wasser und wir machen jetzt noch das Feuer rein. Luft, Wasser, muss die Erde? Ja, die Erde muss noch rein. Ich habe keinen Braun, glaube ich. Wo haben wir denn hier rote Farbe? Ist das rote Farbe? Hier. Okay, perfekt. Oder hier. Okay, das ist genug. Die will ich noch haben. Kannst du dir vorstellen, Deutschland zu verlassen? Ja, zu 100 Prozent. Auszuwandern? Ja. Ja? Ja. Wo willst du hin? Also im Moment und eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang bin ich ein Riesenfan von tropischem Klima. Es kann nicht zu heiß für mich sein und es kann auch nicht zu luftfeucht für mich sein. Ich liebe das. Und vor allem liebe ich halt Pflanzen und Leben und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass in so tropischen Ländern du am meisten so dieses Gefühl hast von wegen hier lebt alles. Hier ist im Winter alles tot. Ja, das stimmt. Und alles ist grau und trist. Und ich hasse den Winter so sehr, dass ich mir jedes Mal im Winter wünschte, ich würde nicht hier leben. War das jetzt zu depressiv? Nee, das war schon gut. Oder findest du das Feuer so schlimm? Ich finde es auch cool, was du da gerade machst. Wirklich? Ich finde, wir brauchen keine Erde mehr. Nee? Nee. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch das Feuer ausgeprägter. Ja, wir müssen es auch nicht überladen. Es ist ja schon sehr wild. Ich bin voll raus gerade. Das ist echt hässlich, ne? Ja. Es ist übelst hässlich. Oh Mann, warum ist denn das gerade so schlimm? Es ist die Hitze. Ich bin auch gar nicht mehr im Dings. Du bist nicht mehr im Float. Nee. Auch mal eine interessante Folge, oder? Ja. Ich finde das gut. Sag mal ehrlich, findest du es gefällst dir? Ich finde das ultra hässlich. Ich finde es auch übelst scheiße. Und ich habe auch das Gefühl, das liegt am grünen Hintergrund. Ja, das Grün, das fackt übelst ab die ganze Zeit. Mann. So eine Scheiße. Ja, so habe ich mir den Max vorgestellt. Mach alles, was du willst. Ja, verändere es. Dieses hässliche Scheißbrüge. Lass den richtigen Max zuvor scheinen. Und schon wurde wieder ein düsteres Bild daraus. Alter. Ja. Ich sage dir auch ehrlich, düster ist auch einfach meine... Das kann ich einfach. Ich kann einfach gut traurig sein. Ey, aber ich habe es mir auch tatsächlich am Anfang so ähnlich vorgestellt. Vor allem mit diesem Vogelschiff hier noch drauf. Max, ich glaube, wir sind wirklich gerade richtig drin. Wir müssen jetzt nur weitermachen. Ich finde, jetzt musst du einfach deinen gedankenfreien Lauf lassen. Ich muss auf jeden Fall alle zehn Minuten die Kameras kontrollieren. Ja, ich gucke auch noch mal nach der anderen. Weißt du, was ich glaube, was jetzt gut wäre? Ja. Grün zum Beispiel. Max würde mich nie wieder hier hochlassen, wenn wir fertig sind. Du hast wirklich Grün, ne? Ich glaube... Ich glaube, Max ist gegen das Leben auf jeden Fall. Nein, ich mag grüne Natur. Ich mag auch Pflanzen. Aber ich mag nicht... Ich kann nicht gut mit Grün malen. Aber ich muss sagen, jetzt dieser Kontrast zwischen dem Neongrün und dem Neonorange sieht irgendwie auch cool aus. Wenn du einen Wunsch frei hättest, kommt so eine Zaubervieh raus, ja? Ja. Wenn du sagst, du hast einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen? Du darfst diesen Wunsch nicht rückgängig machen. Das ist so eine Frage, da bräuchte ich mindestens ein halbes Jahr, um überhaupt die Antwort dafür zu finden. Du hast aber nur 10 Minuten Zeit. Jetzt gerade. Du darfst dir auch nichts wünschen. Jetzt sehe ich aber hier so eine Dame mit Hut. Du auch? Ja, ich sehe das, was du meinst, ja. Wirklich jetzt? Ja, das sehe ich echt. Hier ist der Mund und hier oben werden dann die Haare oder der Hut so mäßig. Wollen wir sie malen? Ja, ja. Wir machen die jetzt. Finde ich geil. Und die kriegt einen schwarzen Hut. Nein! Doch! Warum? Die kriegt einen beigefarbenen Hut. Guck, hier ist die Farbe. Beige? Wir können nicht noch mehr Farben da reinlegen. Hä? Warum denn nicht? Ist doch bunt. Okay. Also was hat er denn nur? Verstehst du eigentlich was von Kunst? Das ist mit Weiß. Weiß. Wir einigen uns auf Weiß. Die Fee verschwindet gleich. Was für eine Fee? Die Mundfee. Ach so. Ähm. Es klingt vielleicht ein bisschen egoistisch und ich weiß auch nicht, ob ich mich tatsächlich dafür... Ich würde es genau so lassen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich im Endeffekt dafür entscheiden würde, aber ich finde, wenn man persönlich zufrieden ist, dann hat das eine krasse Auswirkung auf dein Umfeld. Ja. Ähm. Und vielleicht würde ich mir sowas wünschen wie, dass ich, ähm, dass ich so ein, weil ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mensch, der ganz schnell davon, ähm, abkommt, ähm, zu sehen, was er eigentlich hat und darauf stolz zu sein und sich damit, ähm, wohlfühlen kann. Und vielleicht würde ich mir wünschen, dass ich zufrieden bleibe. Und vielleicht hat das auch so einen sehr großen Impact dann auf meine, ähm, auf mein Umfeld. Also, keine Ahnung, aber ich sehe gerade einen Anime-Charakter. Ich sehe gar nicht mehr die Frau mit ihm. Ja, ich auch. Okay. Du würdest dir ewige Zufriedenheit wünschen? Mhm. Was würdest du dir wünschen? Rocher? Rocher. Dein Ernst? Wow! Wir haben's. Wir haben die Frau. Sie ist jetzt so ne... Nein, ich mach's nicht schlimmer. Gerade sah's aus wie ein Kussmund. Jetzt sieht's schon wieder... Jetzt wirkt's schon wieder düster. Max, hör auf! Ich versuch... Ich will... Ich will... Wir könnten ihr ja auch nur ein Auge geben, aber ein großes. Hättest du Bock auf ein großes? Cool. Ja, lass uns das machen. Mit dem hier? Ja. So eine Zyklokenfrau. Okay. Das sieht cool aus. Erinnert mich vor allem an diese eine Frau von Futurama. Ja. Wir brauchen der... Die braucht ne Augenbraue. Ne Augen... Nein. Na klar. Ne, Wimpern mein ich. Wimpern ist gut, ja. Ich mein nicht Augenbraue, ich mein Wimpern. Welche Farbe? Oder bunt? Jede eine andere. Das wär auch cool, ja. Ja? Ja. Okay. Obwohl, ich weiß nicht, ob das dann Overkill wär. Das müssen die Farben sein, die schon da sind. So das hier. Ach so, die willst du sprühen? Ja, machst du so Dings. Ich mach eine und dann mach die andere. Okay, gut. Ja. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Nix, die ist so. Die ist so? Ja. Ich krieg das nicht hin, so wie du. Guck mal. Was ist das? Ja. Das ist das, was du willst. Ja? Uh. Du kannst doch aus der Entfernung schießen. Yeah. Ah ja. Ja. Finde ich perfekt so. Wow, was daraus geworden ist, oder? Ja. Stell mir gerade vor, wie du dir das Bild aufhängst. Ich find das cool. Ja? Ich finde, es ist sehr viel Homosexualität in diesem Bild. Ja, ich wollt auch sagen. Aber darüber haben wir auch gesprochen. Und ich finde, das passt zu der bunten Vielfalt. Und das auch, wofür du auch standest oder stehst, was auch dein Flex ist. Dass jeder willkommen ist. Jeder ist willkommen, so wie er ist. Ja. Das ist so ein bisschen schon das, worüber wir gesprochen haben. Das stimmt, ja. Man hat trotzdem noch die Wellen. Man hat das Meer. Das Meer ist trotzdem, das Meer ist die Basis. Ja. Das Meer ist die Basis. Ja. Und die Natur, die hab ich ein bisschen weggedrängt. Ja. So, aber die ist auch noch da. Die ist auch immer noch ein bisschen da. Die ist auch noch ein bisschen da, ja. Und ich meine... Und das ist ja auch das etwas, wonach du dich sehnst, nach der Natur. Ja. So, das ist etwas, was noch mehr in dein Leben rücken muss. Du hast die ganze Vielfalt da, aber die Natur fehlt dir noch. Finde ich gut. Und dieses Neon-Orange zeigt auch den Sonnenuntergang sehr gut. Und die Wärme, die eigentlich immer da ist, wenn man sie zulässt. Ja. Vor allem in traurigen Momenten. Ja. Was sagt aber dieses Rosa hier aus? Das Rosa ist meine feminine Seite, die ich noch mit rangebrochen hab. Deine? Ja. Das hab ich aber gemalt da. Ach so. Ähm. Aber ja, ich hab deine feminine Seite gemalt. Ja, du hast meine feminine Seite. Ganz vergessen. Mir hast du zugelassen. Ja. Du hast mir die Möglichkeit gegeben, dass ich meine feminine Seite auch mal auslebt hab. Das find ich so schön. Ja. Ich siegel das. Firnisse das. Mhm. Und dann bring ich es dir vorbei. Mega. Ich häng mir das irgendwo auf. Ja. Wirklich? Ja, cool. Ich find das cool. Würde mich sehr freuen. Aber ich, also, natürlich musst du wieder aus dem Kussmund ein Blut in der Mund werden. Weißt du, Max? Der blutet nicht. Der sabbert. Weil er so gierig ist. Aber der sabbert Blut. Das heißt, der hat innere Blutung. Nein. Das ist Quatsch. Du musst abstrakt denken. Rot ist nicht vielleicht Blut. Okay. Haben wir einen Titel? Sabber. Sabber? Mhm. Nee. Vielleicht eingeschlossen? Eingeschlossen? Ja. Warum denn eingeschlossen? Weil das Bild alles einschließt. Aber eingeschlossen ist ja etwas übelst Negatives. Aber es ist alles mit eingeschlossen. Ja, aber dann müsstest du es umformulieren. Nein, aber warum? Vielleicht ist das ja das coole daran. Aber eingeschlossen? Vielleicht aufgeschlossen? Aufgeschlossen. Ja. Aufgeschlossen mit Sabber. Aufgeschlossen mit Sabber. Ja. Okay, dann nennen wir es so. Okay, perfekt. Aufgeschlossen mit Sabber. Danke, Joey. Sehr gut. Aufgeschlossen mit Sabber. Das war ein Bild mit Joey's Jungle. Ich danke dir, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch sehr viel Wut bereitet. Ich weiß. Aber es lag nicht unbedingt. Aber ist doch mal ein anderes Video, oder? Wird was anderes. Ja, es wird was anderes. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Schaut bei Joey auf Instagram vorbei. Dankeschön. Ich schieb dir die Leute rüber. Danke für dich mein grades. Danke für die mismo Vide 부며 Also,この authors im yearn. bisserl. Ich bin ja Matthew. Das war ein trampol corоном. ept nicht. 所 IN ihnen.: Was ist unser Sch sava ein. allergens toll. Nee, hier mit mir zu Id nennen. Nur 10 nein, natürlich wieder vieler mit sie machen neue Bemerk proporken Jackets. Bis zum nächsten Mal.